Hallo Freunde, ich bin's, euer Fridolin. Ich bin hier heute mit euch in einer lustigen Höhle gefangen. Und ich suche hier seit Stunden den Ausgang. Aber ich finde ihn nicht. Ist doch witzig. Naja, jetzt muss ich ja leider sterben. Und meine Verwandten und meine zehn Kinder, die zu Hause so hungern, die machen sich dann ein bisschen Sorgen um mich. Aber ist mir egal. Verreck ich hier eben, der Scheiße. Was soll's? Ich wollte ja nur ein bisschen Diamanten für euch holen. Den Kuckuck. Naja, mal schauen. Wo komm ich denn jetzt hier hin? Ich hab keine Ahnung. Bekloppt. Bekloppt lalalala. Ich werd bekloppt. Bekloppt. Bekloppt lalalala. Ich werd bekloppt. Bekloppt. Bekloppt lalalala. Bekloppt. 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 Er wird bekloppt. 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 Den Kuckuck. Er wird bekloppt. Bekloppt. Bekloppt lalalala. Bekloppt. 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 Ähhh. Jaa. directions. Bekloppt. Bekloppt. Ich wird bekloppt. Bekloppt. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Ich werde bekloppt. Bekloppt 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 Ich werd bekloppt Bekloppt Ich werd bekloppt 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 Voll auf den Kopf werd ich Bekloppt Ich werd so bekloppt Leute Ich hol das Eisen Das Eisen Ich hol das Eisen Achso jetzt ja schön neben der Musik Aber ja Wenn ich das Eisen hol Bekloppt 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 Schwer total bekloppt 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 Ich werd total Bekloppt Bekloppt Ach Leute Da kriegst du auch ein Rappel Ich krieg ein Rappel Ein Rappel Da krieg ich voll den Rappel Ich krieg ein Rappel Bei diesem hier Zappel Unter der Erde Will ich nicht so sein Hallo Freunde Heute sind wir in einer großen Höhle gefangen Die Spinnen und die Zombies Haben wir schon weggemacht mit ganz viel Licht Aber jetzt suchen wir den Ausgang Oder wir werden hier eines grausamen Hungertodes sterben Ganz langsam und elendig Jawohl Das ist ein großer Spaß Das müsst ihr zu Hause mal nachmachen Tja und wenn euch die Eltern fragen Dann sagt ihr einfach Ihr habt Bulimie Das ist voll modern Das macht jeder bei euch in der Klasse Nach dem Essen einfach mal kotzen Den Finger in den Hals Und los geht die Pampe Das macht riesig Spaß Und man kann auch Freunde dazu einladen Bulimie, Bulimie Ich mag die Bulimie Schubidu und Schubidi Wir haben alle Bulimie, Baby Bulimie, Bulimie Wir haben alle Bulimie Fick dich ins Knie Ich hab Bulimie Schubidubidu Bulimie Ich hab die Biber Bulimie Ich hab den Biber Butzemann Die Bulimie, Baby Ich hab die Bulimie, Bulimie Die Bulimie Ich hab die Bulimie Bulimie Bulimie, die Bulimie Hat nix mit Bullerei zu tun Und auch nix mit Buletten Denn wenn man da ne Bulette frisst Ja, dann kommt drei wieder raus Jawoll, ja Die Bulimie Die Bulimie Die Biber Die Bulimie Höhlenadventures Erlebe zehnmal aufregend In der Höhle im Kreis hin und her laufen Jetzt zum Vorzugskreis Von nur 10,99 Euro Am Kiosk Und die erste Ausgabe bekommst du schon für 99 Und mit enthalten ist ein kleines Kartenset Wo du äh Pfff Ja, pfff Irgend'n Pokémon-Scheiß-Sammelspiel-Karten-Set Dass man die andrehen kann Sie geht mir voll auf den Piss Ja, ja Diese Höhle ist scheiße groß Da wird man all die scheiße los Wenn man hier läuft und sonst nicht kann Dann muss ein dunkles Äckchen ran Ja, wenn's pressiert, dann pressiert's Da machst du nix und und Kohle 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 Schubidu Kohle Kohle Ja Ja Oh Mensch, guck mal, wo ist Kohle? Hier ist ein Kron Da ist doch Kohle Kohle Oh, cool Also kohletechnisch, ne, das hab ich ja zum Glück noch nie erwähnt Dass diese Karte kohletechnisch echt zugeschissen ist Das ist ja ein Traum Tralalalalala Tralalala Tralalala Tralalalalala Kohle Tralalalalala Tralalala Tralalala Tralalalalala Ja, ist ja gut Ähm Die Kohle hab ich auch nochmal mit Weil ich so ne alte Mineralien-Buge bin Da ist noch Kohle Tralalalalala Karolala Tralalala Tralalala Ja! Der muss doch jetzt einmal das Klo entstopfen. Dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Dann klju, ja. Adolf Schlömpel Adolf Schlömpel Adolf Schlömpel